Hi zusammen, es ist mal wieder an der Zeit. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, ich bin Andi und studiere aktuell im sechsten Semester Engineering Science mit Schwerpunkt Automotive und Mechatronik an der Uni Bayreuth. Und in diesem Video möchte ich euch über meine Erfahrungen des fünften Semesters im Ingenieurstudium berichten. Nachdem ich im vierten Semester etwas überfordert war, weshalb ich zwei Module schieben musste, habe ich jetzt im fünften Semester genau wie im vierten wieder 31er CTS, doch diesmal bin ich optimistisch an die Sache herangegangen, mit dem Ziel, alle Prüfungen zu schreiben, die regulär auf dem Plan stehen. Ob mir das gelungen ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Im fünften Semester Engineering Science erwarten euch prinzipiell die Module Programmieren für Ingenieure, Strömungsmechanik, Wärme-Stoffübertragung und Grundlagen der Werkstoffkunde. Und wenn ihr, wie ich, den Schwerpunkt Automotive und Mechatronik macht, habt ihr auch noch Sensorik, Mechatronik 2, Systementwicklung und Konstruktion und drei verschiedene Praktika. Was man sich jetzt genau unter den Modulen vorstellen kann, das erzähle ich euch gleich. Wenn euch allerdings bloß meine persönlichen Eindrücke interessieren und nicht die Module im Detail, könnt ihr auch ans Ende des Videos springen. Da rede ich nochmal über meine persönlichen Erfahrungen und meine Eindrücke aus dem fünften Semester. Schauen wir uns nun mal die Module im Detail an. Bei Programmieren für Ingenieure war definitiv nicht das Ziel, dass man danach in verschiedenen Sprachen 1a programmieren kann. Viel mehr ging es in dem Fach darum, grundlegende Konzepte beim Programmieren zu verstehen, dass man auch einzelne Programmiersprachen, speziell behandelt wurden C, C++, C Sharp und Python, lesen kann und auch mal einfacheren Code programmieren kann. Aber habt nicht die Vorstellung, dass ihr nach diesem Modul wirklich programmieren könnt. In der Vorlesung wurde auf die gerade genannten Sprachen eben eingegangen. Ich würde sagen, ein Schwerpunkt in der Vorlesung hatte die Sprache C. Und es gab außerdem Übungen, die man selbstständig bearbeiten konnte. Da gab es dann schon fertige Lösungen, auch gleichzeitig mit online hochgeladen. Und es war eigentlich alles ziemlich freiwillig. Ich habe es dann für mich so gehandhabt, dass ich mich mit einem Kumpel mittwochs immer dazu verabredet habe, ein paar Stunden zu programmieren. Das war meistens so drei, vier Stunden am Abend. Und ich selbst würde sagen, ich habe ordentliche Grundkenntnisse in C bekommen und etwas Python-Programmieren gelernt. Meine Kenntnisse von C++ und C Sharp, boah, ja, ich würde eventuell erkennen, dass es sich um die Sprache handelt, wenn ich Code sehen würde. Nichtsdestotrotz denke ich, um die Klausur zu bestehen, müsste man die Übungen prinzipiell gar nicht machen, weil in den Klausuren an sich nicht erfordert wird, dass man selbst Code schreiben muss. Man muss lediglich Code lesen können, beziehungsweise muss beschreiben können, welche Schritte man beim Programmieren denn eben machen müsste, um eine spezielle Programmieraufgabe zu lösen. Aber konkrete Syntax war da nicht gefragt. Jedoch finde ich, es ist ziemlich witzlos, wenn man Programmieren für Ingenieure hat und danach nicht einigermaßen irgendwas programmieren kann, weshalb ich mir eben als Ziel gesetzt habe, zumindest in C und Python auch die Grundkenntnisse zu erlangen. Die Strömungsmechanik war eins der stressigeren Module des Semesters. Das kommt zum einen, da der mathematische Anspruch definitiv gehoben ist in der Strömungsmechanik. Zum anderen kommt es aber auch daher, dass die Vorlesung prinzipiell gut war. Der Professor hat sehr, sehr viele Versuche gemacht, die das Ganze auch gut veranschaulicht haben. Aber es gab kein Skript und die Tafelanschrift, wenn man das so nennen kann, die es da immer gab, Leute, die mit mir schon das Fach hatten, wissen genau, wovon ich rede. Die war meistens nicht hilfreich, um dann daheim nachzuvollziehen, was es eigentlich in der Vorlesung ging. Sodass ich dann während des Semesters entschieden habe, also ich habe mir nach Woche zwei ein Buch aus der Bibliothek geholt zur Strömungsmechanik, habe dann parallel noch die Vorlesung gesucht, habe dann aber irgendwann im letzten Drittel des Semesters gesagt, okay, ich lasse die Vorlesung ganz bleiben und habe dann im Eigenstudium den Stoff mit dem Buch nachgeholt. Dazu gab es auch eine Übung. In der Übung wurden prinzipiell einfach Aufgaben vorgerechnet zur Strömungsmechanik. Thema war zum Beispiel die Hydrostatik oder aber Rohrströmungen zum Beispiel und Strömungsprofile und sowas. Die Prüfung konnte man sich dann tatsächlich auch so vorstellen, dass größtenteils Übungsaufgaben mit anderen Zahlen leicht anderen Geometrien vorzufinden waren, sodass die Prüfung, obwohl Strömungsmechanik an sich ein recht anspruchsvolles Fach ist, dann doch gut zu machen war. Als unerwartet harte Brocken hat sich die Wärmestoffübertragung, kurz WSU, herausgestellt. Bei Wärme- und Stoffübertragung ging es quasi nur um Wärmeübertragung. Es gab nur einen ganz kurzen Exkurs zur Stoffübertragung. Und da wurden die Mechanismen der Wärmeleitung besprochen. Es wurde die Konvektion in Fluiden besprochen und Wärmestrahlung. Und das Fach hatte es wirklich in sich. Zum einen musste man ziemlich oft viele Differentialgleichungen lösen. Man musste aber auch aus großen Texten, die teilweise mal so eine halbe DIN-A4-Seite, DIN-A4-Seite lang waren, entschlüsseln, was man eigentlich tun soll. Muss ich dann aus grundlegenden Bilanzgleichungen, ich sage mal auch unter anderem aus der Thermodynamik, die Gleichungen aufstellen, die man für dieses Problem höchstwahrscheinlich benötigt. Und muss dann aufwendige mathematische Probleme auch im mehrdimensionalen und instationär, also unter Anbetracht dessen, dass sich zeitlich etwas verändert, lösen. Wenn man das selber probiert und selber dann auch unter Zeitdruck Klausuraufgaben lösen muss, das hat es wirklich in sich. Das hat sich auch schon in den Übungen gezeigt. Ich habe dann auch erfahren, dass wohl im Semester vor uns 80% der Leute, oder in der Klausur vor uns, 80% der Leute durchgefallen sind. Und das ist dann schon mal ein ziemlich gutes Zeichen, dass man für das Fach ziemlich viel machen muss. Dementsprechend habe ich unter dem Semester versucht, jede Woche die wöchentliche Übung zu rechnen, selbstständig. Ich habe auch immer so ungefähr drei bis vier Stunden da reingesteckt. Die meisten konnte ich rechnen, manche musste ich in die Lösung schauen. Für die Klausurvorbereitung hatte ich dann schlussendens zehn Tage Zeit, was eigentlich ein bisschen zu wenig ist. Aber da das ganze Semester sehr vollgespickt mit Klausuren war, hatte ich keine andere Wahl. Und als ich mit der ersten Klausur angefangen habe, kann ich euch sagen, Holla, die haben es ganz schön in sich. Also in meinen Augen sind die Klausuren des Lehrstuhls für Mess- und Regeltechnik, die mit Abstand schwersten Klausuren im Bachelor Engineering Science an der Uni Bayreuth, und Wärme- und Stoffübertragung macht da schon einen ganz guten Job, vom Schwierigkeitsgrad her ranzukommen. Kommen wir nun zu etwas entspannteren, und zwar Grundlagen der Werkstoffkunde. In dem Modul geht es um das, was man sich darunter vorstellt, und zwar Werkstoffe. Was für Werkstoffe gibt es, wofür verwendet man sie, und wie sind sie zusammengesetzt? Es wurde auch ein bisschen in die Richtung Materialwissenschaften eingetaucht. Man hat sich das Ganze mal auf, ich sage mal, molekulare Ebene angeschaut. So, was ist Versetzungsgleiten, was sind Korngrenzen und sowas. Aber das war wirklich nur ein Einblick, und die Materialwissenschaftler gehen dann nochmal deutlich weiter in die Materie. Ich fand es aber tatsächlich mal ziemlich interessant und finde, das gehört definitiv mit zum Ingenieurstudium dazu. Nun geht es noch um die Module, die ich aufgrund meiner Schwerpunktenwahl Automotive und Mechatronic belegen muss. Und da hätten wir zum einen Sensorik. Sensorik ist eines der berüchtigten MRT-Fächer, also vom Lehrstuhl für Mess- und Regeltechnik, die auch das Elektrotechnik II und Messtechnik und Regelungstechnik abhalten. Und ich würde im Allgemeinen sagen, der Aufwand ist wieder sehr hoch. Aber es ist auch so, dass es nicht mehr schwerer als Messtechnik und Elektrotechnik II ist. Es ist vor allem ein Aufbaufach auf Elektrotechnik I und Messtechnik, hätte ich gesagt. Also, wenn ihr Sensorik belegen wollt, müsst ihr auf jeden Fall Messtechnik haben. Aber auch Elektrotechnik I ist wichtig. Und hier wurden verschiedenste Sensortypen besprochen. Ein größerer Teil der Vorlesung ging erst mal generell um Halbleitertechnologie und auch Sensoren, die man eben mit Halbleitern bauen kann. Und auch Berechnungen, die sich auf dem entsprechenden Niveau von Protonen, Neutronen, Elektronen bewegen. Es ging aber auch zum Beispiel über verschiedene Sensoren für technische Anwendungen, wie Magnetfeldsensoren, Dehnungsmeschstreifen, Temperatursensoren, Lichtsensoren und so weiter. Vom Arbeitsaufwand her habe ich nochmal ein bisschen mehr Zeit reingesteckt, als für Wärme- und Stoffübertragung. Das war aber soweit kein Problem, denn ich wusste, was auf mich zukommt, nachdem ich schon ein paar Fächer bei dem Lehrstuhl geschrieben habe. Generell habe ich so vier bis sechs Stunden die Woche mit dem selbstständigen Rechnen von Übungsaufgaben verbracht. Natürlich bin ich auch noch ganz regulär in die Übung gegangen, in die Vorlesung gegangen und habe mir auch nebenbei noch ein paar Sachen im Internet und im Skript durchgelesen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Sensoren ist eines der leichteren Fächer von diesem Lehrstuhl und mit ordentlich Fleiß und Arbeitsaufwand geht es schon klar. Das Teilmodul Systementwicklung und Konstruktion war wie Werkstoffkunde eigentlich ziemlich entspannt. Es ging vor allem um Methodiken und Problemlösungsstrategien beim Konstruieren und Entwickeln von Maschinen und Maschinenteilen. Es gab auch hier einen Exkurs in die Welt der Werkstoffe. Es gab aber auch einfach generell verschiedene Gedanken dazu, was zum Beispiel Baukastensysteme sind und wie man prinzipiell Projektmanagement betreibt. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Klausur war jetzt nicht die schwerste, auch wenn es ziemlich schwer war, da eine gute Note zu bekommen. Aber ich bin definitiv froh, dass es mit dem Bachelor dabei war. Denn Fach, das einen so ein bisschen auf die Ingenieurspraxis vorbereitet, gehört ja auch mal dazu, auch wenn es kein extrem super schweres Rechenfach ist. Finde ich aber als auch mal eine ganz schöne Abwechslung soweit. Mechatronik 2. Bereits im Video zum vierten Semester habe ich davon erzählt, dass mich Mechatronik 1 in der Hinsicht überrascht hat, dass ich mir andere Inhalte vorgestellt habe, da ich ja selbst Mechatroniker als Ausbildungsberuf gelernt habe. Bei Mechatronik 2 war es wieder sehr ähnlich. Es ging mal wieder um elektrische Antriebssysteme. Einen größeren Teil des Moduls war diesmal die Maschinendynamik. Darunter kann man sich zum Beispiel vorstellen, Schwingungen in Maschinenteilen. Das wurde sowohl rotatorisch, also sich drehend, als auch translatorisch, also sich eine Längsachse bewegend betrachtet. Es wurden verschiedene Drehstrommotoren betrachtet und deren Ansteuerung. Und es war auch ein größerer Themenblock, die Thermik von elektrischen Maschinen. Also wie viel Wärme produzieren sie und kriegt man die Wärme mit einem vorhandenen Kühlsystem wieder weg? Also quasi Wärme und Stoffübertragung in sehr abgespeckt, aber dafür speziell orientiert an die Kühlung von Maschinenteilen. Allgemein hat mir der Mix an Themen in Mechatronik 2 sehr gut gefallen. Und mit etwas Prüfungsvorbereitung bin ich da auch mit einem sehr guten Ergebnis rausgegangen, weshalb ich sagen kann Mechatronik 2. Es war eine gute Idee, dass ich dann Automotive und Mechatronik Schwerpunkt gewählt habe, weil es hat mir definitiv Spaß gemacht. Nachdem ich über die ganzen Module geredet habe, möchte ich auch noch mal kurz über die Praktika sprechen. Denn im fünften Semester steht sowohl noch das Praktikum zu Mechatronik 1 aus dem vierten Semester an. Bei mir war das jetzt speziell allerdings, weil ich es vorgezogen habe, in den Semesterferien des vierten Semesters. Da ging es aber um Gleichstrommaschinen und deren Ansteuerung. Weiterhin hat er auch Wärme- und Stoffübertragung ein Praktikum und Sensorik hat ein Praktikum. Das Sensorik-Praktikum bestand aus vier Terminen im Semester. Ich habe pro Termin circa drei bis fünf Stunden Vorbereitungszeit gebraucht. Die Termine haben auch noch mal alle so ungefähr vier Stunden Zeit in Anspruch bekommen. Man musste da schon vorher Teile eines Protokolls ausfüllen und dann im Versuch mit den Versuchsergebnissen auch noch was im Protokoll ausfüllen. Da muss man auch selbstständig rechnen. Also schaut es euch wirklich vorher mal ein paar Stunden lang an und guckt, dass ihr das schon vorher rechnen könnt, bevor ihr im Praktikumsraum sitzt. Aber wir haben dann in unserer Gruppe das Protokoll einfach direkt nach dem Versuch abgegeben und es wurde immer direkt angenommen. Generell die Themen des Praktikums waren Temperatursensoren, Magnetfeldsensoren, Lichtsensoren wie zum Beispiel die Fotozelle oder aber auch Dehnungsmeschstreifen. Also das waren die vier Themen des Praktikums. Wärme- und Stoffübertragung war dann vom Praktikumsformat her ein bisschen anders. Denn Sensorik war unter dem Semester an vier Terminen. In Wärme- und Stoffübertragung war ein ganzer Tag. In den Semesterferien. Das Praktikum war in meinen Augen nicht so dolle gelegen, weil es direkt zwischen den Klausuren lag und ich eigentlich überhaupt keine Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Ich habe dann, es waren drei Versuche, glaube ich. Ich habe mich dann ungefähr insgesamt so fünf, sechs Stunden darauf vorbereitet, die Vorbereitungsfragen ausgefüllt. Der erste Versuch, den ich gemacht habe, der ging um Thermografie, also Wärmebildkameras. Der zweite ging um, ich sage mal, Konvektion. Und der dritte Versuch ging dann um Wärmeübertrager. Und speziell Versuch zwei und drei, also Konvektion und Wärmeübertrager, hatten dann nochmal so einen gewissen Rechenanspruch. Und ich möchte euch nochmal ans Herz legen, bereitet euch wirklich auf die Theorie vor. Denn speziell bei der Konvektion kamen da schon einige knifflige Fragen. Und man wurde vielleicht auch so ein bisschen in die Mangel genommen mit den Fragen. Das war natürlich dann alles am Ende kein Problem, denn unsere ganze Gruppe war dann doch ganz gut vorbereitet. Aber ich lege es euch ans Herzen. Bereitet Konvektion auf jeden Fall sehr genau vor. Generell kann ich sagen, sowohl das Sensorik-Praktikum als auch das Praktikum in Wärme- und Stoffübertragung und natürlich auch das Mechatronik-1-Praktikum, das schon ein bisschen zurückliegt, haben sehr zum Verständnis beigetragen. Und ich kann euch nur sagen, genießt sie. Es ist ein gewisser Arbeitsaufwand, aber der Verständnisgewinn gegenüber dem normalen Vorliebungs- und Übungsprogramm ist nochmal enorm in meinen Augen. Obwohl dieses Semester sieben Module mit 31 ECTS auf dem Plan standen und ich sehr viel Zeit in Strömungsmechanik, Wärme- und Stoffübertragung und Sensorik gesteckt habe, war alles in allem ziemlich gut machbar. Besonders verglichen mit dem vierten Semester, dass man alleine schon mit den drei MRT-Fächern Elektrotechnik 2, Messtechnik und Regelungstechnik filmen könnte, ist das fünfte Semester einfach nochmal deutlich entspannter. Denn da hat man halt nur ein MRT-Fach mit Sensorik und Wärme- und Stoffübertragung, dass vom Arbeitsaufwand her ganz gut an die MRT-Fächer rankommt. Aber alle anderen Fächer sind deutlich unter diesem Anspruchsniveau. Die Prüfungsphase war relativ lang und stressig, da es direkt in der ersten Woche der vorlesungsfreien Zeit mit zwei Prüfungen losging. Und dann haben sich insgesamt sieben Prüfungen über sieben Wochen gestreckt. Und zwischendrin war auch noch ein Praktikum. Die Reihenfolge war in etwa so, es fing an mit Systementwicklung und Konstruktion, dann kam Strömungsmechanik, dann müsste Programmieren gekommen sein, Werkstoffkunde, Mechatronik 2. Sensorik und abschließend Wärme- und Stoffübertragung. Also man kann generell sagen, so in Anführungszeichen leichtere Fächer. Das sind am Anfang der Ferien gewesen, dann kam so ein mittelschweres Fach mit Mechatronik und dann kamen noch die schweren Fächer zum Abschluss. Und was soll ich sagen, die Wochen der Prüfungsvorbereitung liefen teilweise so ab, dass ich eine ganze Woche lang mal meine Wohnung nicht verlassen habe, außer zum Einkaufen. Habe am Wochenende vielleicht mal die Freundin besucht, aber auch nicht immer. Aber ich habe alles zu meiner Zufriedenheit bestanden. Und ich habe danach einfach mal den ganzen Tag lang gar nichts gemacht und habe mich einfach mal nur den ganzen Tag ins Bett gelegt, um mich von dieser Prüfungsphase zu erholen. Ach ja, und da mir das fünfte Semester scheinbar nicht anspruchsvoll genug war, habe ich auch noch das Angebot einer Stelle als Tutor für Elektrotechnik 1 beim Lehrstuhl für Mess- und Regeltechnik angenommen, einem der schwersten Fächer im Bachelor. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal die Möglichkeit kriege, so ein Tutorium zu halten, dann lasse ich mir das doch nicht entgehen und das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Mir hat das fünfte Semester im Ingenieurstudium auf jeden Fall gefallen. Jedoch wünsche ich mir für kommende Semester, dass es nicht mehr so häufig 50 Stunden Arbeitswochen gibt und dass man einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit für Hobbys und Freunde hat. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ich frage mich, ob man das Flugzeug in der Audiospur hört. Ich glaube aber schon. Und dann noch ein anderes Fach, das sehr ähnlich an dieser Schwierigkeit. Ach, das ist Käse, was ich rede. Ich rede viel zu viel drumherum. Okay. Läufst du noch? Entstehe. Einen. Okay. Und dann noch ein little.